Jo Leute, was geht ab? Heute testen wir die Superböller 2 von Diamonds. NEM 5,48 Gramm. Und ja, wir machen einfach mal auf ohne Backcover. 1,37 Gramm. NEM Probeller. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen direkt raus und testen einmal die Diamond Superböller 2. Viel Spaß. Diamond Superböller 2. NEM 5,48 Gramm. Aus dem Schinken. Machen wir mal alle vier nacheinander. Viel Spaß. Extrem laut. Richtig, richtig krass. Richtig gute Böller. Die haben einfach so einen Druck. Richtig geil. Untertitelung des ZDF, 2020